Ja, Leute, es ist Sonntag, die Zweitligaspiele sind alle schon vorbei, 21.39 Uhr, es ist der perfekte Zeitpunkt, um Predictions aufzunehmen, quasi nachdem alles schon vorbei ist und ich weiß auch gar nicht, wie das so wirklich passiert ist, ich meine, also am Freitag vor dem Hamburg-Schalke-Spiel war ich so, ey, muss noch irgendwas machen, was war denn das nochmal? Ah ja, richtig, genau, Predictions und da dachte ich mir so, ja, machst du das gleich und ausgleich wurde dann, wie ihr das vielleicht auch kennt, später und dann war später irgendwie nie und dann war ich auch abends eben mit Freunden weg und am Samstag habe ich mir dann auch gedacht, naja, jetzt ist es eigentlich auch zu spät, aber dann habe ich mir jetzt wieder gedacht, du hast ja eigentlich gesagt, du machst es jetzt jetzt im Spieltag und ziehst es halt mal durch und ich habe sogar im Ankündigungsvideo noch gesagt, ja, eventuell vergesse ich mal was, zack, erster Spieltag, erste Möglichkeit, Predictions aufzunehmen, direkt vergessen, richtig super. Ja, ich habe mich auch nicht vor eine Kamera gesetzt, weil ich will euch ja eh hier zeigen, was ich getippt habe, weil ich meine, ein bisschen, also dann ist es halt nicht Predictions, das ist jetzt Predictions zu nennen, ist ein bisschen sinnlos quasi, aber ja, machen wir mal trotzdem mal. Gut, ich sage erstmal den Erstplatzierten, der hat gezeigt, wie man es richtig macht, also fast genau, also nicht perfekt, aber alles klar, Java Update und ich so, was ist das für ein Kackspieltag? Ich habe alles daneben getippt, ich habe gesagt, Schalke gewinnt, wahrscheinlich Schalke, ich habe direkt auch hier einen Kommentar geschrieben, äh, das, also hier, wo war das? Notiz an mich selbst, auch in der zweiten Liga nicht auf Schalke hoffen, also die machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Ähm, es ging halt auch nicht besser weiter, hier habe ich gedacht, äh, Karlsruhe gewinnt, war unentschieden, hier habe ich gedacht, äh, unentschieden, Dresden hat die voll abgeschossen, da habe ich gedacht, Heidenheim gewinnt, war auch ein unentschieden. Ne, ne, warte, da habe ich gesagt, dass es unentschieden wird, dann hat, äh, ne, ich bin ja gerade vollkommen durcheinander. Ich, das ist, was, ach ja, das ist, was ich getippt habe und das ist, wie das Spiel ausgegangen ist, ja, der Moment, wenn man seine eigene App nicht versteht. Also hier dachte ich, unentschieden, dann hat KSC gewonnen, hier dachte ich auch unentschieden, dann hat Dresden die abgeschossen, hier hat gesagt, 2-1, dann hat, äh, ja, und, naja, ich meine, ihr seht es ja, ich muss es ja nicht vorlesen, also quasi immer so komplett daneben irgendwie, hier habe ich ja zumindest mal den richtigen Sieger getippt, ähm, also, ja, mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Cool, wenn ihr euch das Video hier angeschaut habt, waren vielleicht ein bisschen unnötig, ne, aber, äh, ich versuche es, äh, für die nächste Woche besser zu machen. Ich meine, vielleicht weiß auch an der Stelle irgendjemand, warum die 2. Liga schon so früh losgegangen ist. Ich meine, ging hier nicht immer zeitgleich mit der 1. los? Was ist da los? Warum startet die irgendwie 2 oder 3 Wochen davor? Gut, egal, äh, danke fürs Zusehen von dem sinnvollsten Video auf ganz YouTube und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch...